14, 14.000 deutsche Wörter Am Mittelmeer genossen sie die warme Sonne und das kristallklare Wasser, das zum Schwimmen einlud. Der Mobilfunk hat die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen weltweit miteinander kommunizieren. Während der Moderation der Diskussion stellte der Gastgeber sicher, dass alle relevanten Themen angesprochen wurden. Der Moll, der im Teich lebte, wurde oft von den Kindern beobachtet, die sich für die Tierwelt interessierten. Das Monstrum in der Geschichte sorgte für Gänsehaut und spannende Momente während des Films. Bei der Morgendämmerung färbte sich der Himmel in sanften Farben, die einen wunderschönen Start in den Tag boten. Das Mosaik an der Wand bestand aus bunten Steinen, die ein beeindruckendes Kunstwerk bildeten. Das Moskete, das ihn während der Nacht gestochen hatte, sorgte für unangenehme Juckreize und Schwellungen. Das Motiv des Bildes, das er gemalt hatte, war eine harmonische Landschaft, die Ruhe ausstrahlte. Die Müdigkeit nach der langen Reise war groß, aber die Aussicht auf eine erholsame Nacht machte alles wett. Der Multimillionär investierte in zahlreiche Projekte, um sein Vermögen zu mehren und anderen zu helfen. Die Mumie, die in der Ausstellung zu sehen war, bot faszinierende Einblicke in das Leben der alten Ägypter. Die Munition wurde sicher gelagert und war bereit für den Einsatz, wenn es notwendig war. Der Musiker trat am Abend im Theater auf und beeindruckte das Publikum mit seinem virtuosen Spiel. Die Mutation des Virus wurde untersucht, um besser verstehen zu können, wie sie die Behandlung beeinflusst. Der Mäzen spendete großzügig Geld für die Renovierung des historischen Gebäudes, das in der Stadt bekannt war. Der Mähdrescher, der auf dem Feld arbeitete, sammelte die reifen Getreidekörner ein und bereitete sie zur Verarbeitung vor. Das Märchen, das sie erzählte, faszinierte die Kinder und ließ sie in eine Welt voller Magie eintauchen. Das neue Möbelstück in seinem Wohnzimmer passte perfekt zur restlichen Einrichtung und war sehr funktional. Die Möwe, die am Strand nach Nahrung suchte, war ein vertrauter Anblick für die regelmäßigen Besucher. Der Münz-Fansprecher, der in der alten Telefonzelle installiert war, wurde von vielen nostalgisch betrachtet. Die Müllabfuhr kam jeden Montagmorgen, um den Müll der ganzen Nachbarschaft abzuholen. Die alte Müllhalde, die am Rande der Stadt lag, wurde nach den Umweltauflagen saniert. Die Mütze, die sie trug, schützte sie vor der kalten Winterluft und war gleichzeitig ein modisches Accessoire. Der Maßstab für den Erfolg des Projekts wurde klar definiert und von allen Beteiligten anerkannt. Am alten Schiff entdeckten wir den Hohenmast, der über das Meer ragte. In der Laboruntersuchung wurde die Materie genau analysiert, um die Zusammensetzung zu bestimmen. Nach einem langen Tag am Meer wurde der Matrose müde ins Bett geschickt, wo er tief schlief. Im Buchladen fand sie eine Maus auf dem Boden, die sie vorsichtig nach draußen brachte. Für das neue Gerät mussten wir die Mechanik überprüfen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert. Die Medaille wurde ihm für seine herausragende Leistung im Wettbewerb verliehen und er trug sie stolz. Die Schiffe mussten durch die enge Meerung navigieren, um ihre Reise fortzusetzen. In dem Käfig spielte das Meerschweinchen fröhlich, während die Kinder zusahen. Bei der Demonstration nutzte der Redner ein Megafon, um sich Gehör zu verschaffen und seine Botschaft zu verbreiten. Auf der Rechnung war die Mehrwertsteuer separat ausgewiesen, was die Gesamtkosten erhöhte. Für die Prüfung musste sie alle wichtigen Begriffe memorieren, was viel Zeit in Anspruch nahm. Der Koch entschloss sich verschiedene Gewürze zu mischen, um ein einzigartiges Aroma zu kreieren. Er begann dem neuen Vorschlag zu misstrauen, nachdem er einige Unstimmigkeiten entdeckt hatte. Bei dem Projekt sollten alle Teammitglieder aktiv mitarbeiten, um den Zeitplan einzuhalten. Während der Besprechung war es wichtig, dass alle mitdenken und ihre Ideen einbringen. Ihre Fähigkeit mitzufühlen half ihr, empathische Unterstützung für die Betroffenen zu leisten. Trotz der schnellen Änderungen konnte er mithalten und seine Aufgaben erfolgreich erfüllen. Sie konnte nicht anders als mitzufühlen und mitleiten, als sie die traurige Geschichte hörte. Bevor sie ging erinnerte sie sich daran, alle benötigten Unterlagen mitzunehmen, um die Arbeit fortzusetzen. Während der Vorlesung musste sie alles mitschreiben, um den Inhalt später nachlesen zu können. Bei der Feier stimmte jeder mit Begeisterung ein Lied mit, um gemeinsam zu singen. Auf der Party wollte niemand auf das Tanzen verzichten und alle begannen schnell zu mittanzen. Viele Freiwillige waren bereit, bei der Veranstaltung mitzuarbeiten und ihren Beitrag zu leisten. Die Organisation musste zusätzliche Ressourcen mobilisieren, um das große Events zu unterstützen. Als erfahrene Moderator übernahm er die Leitung der Diskussion und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Um den Prototyp zu verbessern, wurde ein neues Modell aus verschiedenen Materialien modelliert. Die Ingenieur musste das System sorgfältig modulieren, um die gewünschten Funktionen zu erreichen. Die Mathematikerin erklärte, wie man Brüche multiplizieren kann, um die Antwort zu finden. Der Designer musterte die verschiedenen Stoffe, um die beste Wahl für das neue Kleidungsstück zu treffen. Die Bakterien begannen zu mutieren, was zu einer neuen Resistenz gegen das Medikament führte. Der Fluss meandert durch die Landschaft und bildet dabei viele natürliche Schleifen und Kurven. Trotz der vielen positiven Rückmeldungen konnte er immer noch an einigen Kleinigkeiten meckern. Der Bericht wies einige Ungenauigkeiten auf, die den Informationsgehalt mangeln ließen. Die Kinder liebten es, wenn ihre Großmutter Mädchen erzählte, die sie in eine andere Welt versetzten. Er beschloss sein Zimmer neu zu möbeln und suchte nach einem modernen Schreibtisch und bequemen Stühlen. Es wurde befürchtet, dass das Essen mögeln könnte, wenn es nicht schnell genug verarbeitet wird. Sein materialistischer Lebensstil zeigte sich in der Vorliebe für teure und luxuriöse Güter. Der alte Fernseher hatte ein mausgraues Gehäuse, das gut zum restlichen Wohnzimmer passte. Die mechanischen Teile des neuen Geräts funktionierten präziser und zuverlässig, was die Benutzer erfreute. Der mediale Auftritt des Politikers war so beeindruckend, dass er große Aufmerksamkeit in den Nachrichten erhielt. Die Kampagne wurde so gestaltet, dass sie medienwirksam war und die gewünschte Wirkung erzielte. Der Text war mehrdeutig und die Interpretation hing stark vom Kontext ab. Das mehrstöckige Gebäude bot viel Platz und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für die Bewohner. Die melodische Stämme des Sängers zog alle Zuhörer in ihren Bann und sorgte für einen unvergesslichen Abend. Die mentale Vorbereitung auf das große Spiel war genauso wichtig wie das körperliche Training. Die Organisation ist bekannt für ihre menschenfreundliche Haltung und ihren Einsatz für soziale Projekte. Der alte Bahnhof war menschenleer, als wir ihn besuchten, was eine gespenstische Atmosphäre schuf. Die Bedingungen in dem Flüchtlingslager waren menschenunwürdig und erforderten dringend Verbesserungen. Die Behandlung der Patienten in der Klinik war immer menschenwürdig und respektvoll. Das merkantile Verhalten des Geschäftsführers konzentrierte sich auf Profitmaximierung und Expansion. Die meteorologischen Daten zeigten, dass ein Sturm aufziehen würde, weshalb alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden. Die methodische Vorgehensweise bei der Forschung half, die komplexen Probleme systematisch zu lösen. Der metrische Raum wurde sorgfältig vermessen, um sicherzustellen, dass die Möbel genau passten. Der mickrige Gewinn aus dem kleinen Geschäft reichte nicht aus, um die großen Investitionen zu decken. Die mikroskopischen Details des Objekts waren faszinierend und offenbarten eine komplexe Struktur. Die milden Temperaturen im Frühling sind angenehm, besonders wenn man draußen spazieren geht. Trotz seiner militanten Haltung versuchte er die Diskussion sachlich zu führen und keine Konflikte zu schüren. In einigen historischen Perioden war die Gesellschaft stark militaristisch geprägt, was sich in der Kultur widerspiegelte. Die mineralischen Bestandteile im Wasser sind wichtig für die Gesundheit, doch sie müssen in ausgewogenen Mengen konsumiert werden. Ein minimalistisches Design kann sehr ansprechend sein, da es klare Linien und einfache Formen bevorzugt. Das ministeriale Dokument wurde heute veröffentlicht und die Änderungen treten nächsten Monat in Kraft. Seine minutiöse Arbeit an dem Projekt zeigte sich in der detaillierten und präzisen Ausführung, die alle Erwartungen übertraf. Der mesantropische Charakter des Autors wird in vielen seiner Werke deutlich, da er oft die Schwächen der Menschheit thematisiert. An diesem Tag fühlte er sich miserabel, da alles schief ging und nichts nach Plan verlief. Der missgelaunte Ausdruck auf ihrem Gesicht deutete darauf hin, dass etwas nicht stimmte, obwohl sie es nicht offen aussprach. Die Aufgabe wurde mehrfach überprüft, um sicherzustellen, dass keine Fehler übersehen wurden. Die Aufgabe wurde mühelos gelöst, da alle Teammitglieder ihre Aufgaben effektiv erledigten. Der Weg zur Arbeit war heute besonders mühsam, da der Verkehr sehr stark war und der Bus verspätet kam. Massenhaft strömten die Menschen auf das Konzertgelände, als die Tore öffneten und die ersten Klänge der Musik erklangen. Bei minimalen Änderungen in der Strategie konnte man bereits eine signifikante Verbesserung der Ergebnisse feststellen. Mittendrin in der Verhandlung gab es einen unerwarteten Streit, der die Sitzung fast zum Erliegen brachte. Die Fahrt verlief problemlos, bis sie mitten durch auf eine Baustelle stießen, die den Verkehr stark verlangsamte. Die Lampe stand mittig im Raum und sorgte für gleichmäßige Beleuchtung, die den gesamten Bereich erhellte. Es ist möglich, die Arbeit bis Ende der Woche abzuschließen, wenn alle Teammitglieder ihren Beitrag leisten. Die Vorbereitungen sollten möglichst früh abgeschlossen werden, um genug Zeit für unerwartete Probleme zu haben. Seine mutwilligen Aktionen sorgten für viel Aufregung, da sie oft ohne Rücksicht auf die Konsequenzen durchgeführt wurden. Nach einem langen Tag war er sehr müde und konnte es kaum erwarten, endlich ins Bett zu gehen. Trotz der frühen Stunde war sie munter und bereit, den Tag zu beginnen, da sie eine gute Nacht Schlaf hatte. Die mysteriöse Nachricht, die er erhielt, ließ ihn lange grübeln, da der Absender unbekannt war. Der Unterschied in der Qualität war merklich, nachdem die neuen Materialien verwendet wurden. Der Nachlass des Verstorbenen wurde sorgfältig aufgeteilt, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt waren. Der Nachname auf dem Brief war schwer zu lesen, aber es war wichtig, ihn korrekt zu notieren. Ihre Neugier trieb sie dazu mehr über die unbekannten Bereiche der Stadt zu erfahren und neue Orte zu erkunden. Die Neuheit des Produkts auf dem Markt sorgte für großes Interesse und viele Anfragen von potenziellen Kunden. Im Nordosten des Landes gibt es viele malerische Dörfer, die oft von Touristen besucht werden. Die Neuigkeit über die bevorstehende Eröffnung des neuen Restaurants verbreitete sich schnell in der Stadt. Der Nachteil des neuen Systems ist, dass es anfangs eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, was zu Verzögerungen führen kann. Eine wichtige Notiz wurde auf dem Tisch hinterlassen, um ihn daran zu erinnern, den Anruf nicht zu vergessen. Der Nachschub andringend benötigten Materialien kam rechtzeitig an, um die Produktion nicht zu unterbrechen. Der Nachwuchs im Unternehmen wird sorgfältig geschult, um sicherzustellen, dass die nächste Generation von Führungskräften gut vorbereitet ist. Der Niederschlag in dieser Region ist besonders hoch, was zu häufigen Überschwemmungen führt. Die Neutralität der Organisation in den Konflikten sorgte für Vertrauen und machte sie zu einem geschätzten Vermittler. Die Nichte ihrer Freundin kam zu Besuch und brachte viele interessante Geschichten aus ihrer Schule mit. Im Notfall sollten sie sofort die Notrufnummer wählen und sich an die Sicherheitsvorkehrungen halten. Nachdenklich saß er am Fenster und überlegte, welche Entscheidungen in seinem Leben die besten waren. Im Notstand wurde ein Krisenmanagementplan aktiviert, um schnell und effizient zu handeln. Die Nonne widmete ihr Leben dem Dienst in der Gemeinde und unterstützte Bedürftige auf vielfältige Weise. Der Neid der Kollegen auf seine Beförderung wurde manchmal deutlich, obwohl er versuchte, die Situation zu vermeiden. Der Notarzt kam schnell am Unfallort an und leistete erste Hilfe, bis der Patient ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Der Nagel musste mit einem Hammer fest eingeschlagen werden, um sicherzustellen, dass er gut hält. Die Nachforschung zu dem Vorfall brachte einige interessante Fakten ans Licht, die bisher unbekannt waren. Das Nest der Vögel im Baum war gut versteckt und bot den Eiern Schutz vor Raubtieren und Wetterbedingungen. Ein Neuanfang in einer neuen Stadt kann aufregend und herausfordernd zugleich sein, wenn man neue Freunde finden und sich einleben muss. Der Nachtrag zur Rechnung wurde nachträglich hinzugefügt, um die zusätzlichen Kosten zu berücksichtigen. Die Narbe von seinem Unfall erinnerte ihn an die gefährlichen Zeiten, die er überwunden hatte. Die Nationalität der Teilnehmer wurde bei der Anmeldung erfasst, um sicherzustellen, dass alle vertreten sind. Im Nordwesten des Landes liegt eine Region, die für ihre wunderschönen Landschaften bekannt ist. Eine gesunde Niere ist wichtig für die Regulierung des Wasserhaushalts und die Ausscheidung von Abfallstoffen aus dem Körper. Die Nikotinsucht ist eine ernsthafte Erkrankung, die oft eine umfassende Therapie erfordert, um erfolgreich behandelt zu werden. Es war wichtig, die verpassten Lektionen nachzuholen, um den Stoff vollständig zu verstehen. Er konnte den Anforderungen der Aufgabe nicht schnell genug nachkommen, was zu Verzögerungen führte. Obwohl der Lärm nicht nachließ, konnten wir uns auf die Besprechung konzentrieren. Sie musste die neuesten Informationen nachlesen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Vor der Abgabe sollte man alle Angaben sorgfältig nachprüfen, um Fehler zu vermeiden. Wenn du ein Wort nicht verstehst, kannst du es im Wörterbuch nachschlagen, um die Bedeutung zu erfahren. Ich werde morgen nachsehen, ob die Lieferung angekommen ist und dir dann Bescheid geben. Die Ermittler konnten den Spuren nachspüren und entdeckten bald den Verdächtigen. Man stellte die Kamera neu ein, um bessere Fotos bei der Dämmerung nachzustellen. Falls du etwas Wichtiges vergessen hast, trage es bitte nach, damit es nicht übersehen wird. Um die Situation vollständig nachvollziehen zu können, musste er alle Hintergründe kennen. Der Kassierer musste die Kassenbestände noch einmal nachzählen, da es Unstimmigkeiten gab. Die Sorgen nageln an ihm, obwohl er versucht, sie zu ignorieren. Der Handwerker nagelte die Bretter sorgfältig an, um das Regal stabil zu machen. Um den Riss im Kleid zu reparieren, musste sie eine neue Naht nähen. Bei der Diskussion kamen die Parteien einander näher, obwohl noch viele Differenzen bestehen. Die positive Rückmeldung des Chefs nähert seine Motivation und stärkt sein Engagement für das Projekt. Die Kinder neigten dazu, sich gegenseitig zu narren, was oft zu viel Gelächter führte. Der Hund wurde abends immer gern nass geführt, wenn er mit seinen Freunden draußen spielte. Sie konnte es nicht lassen, ihren Bruder zu necken, obwohl er das nicht wirklich mochte. Die Daten wurden numerisch aufbereitet und in die Präsentation integriert, um die Ergebnisse zu verdeutlichen. Der namhafte Auto wird nächste Woche in der Buchhandlung lesen und signieren. Das neuwertige Auto war eine ausgezeichnete Wahl, da es nur wenige Kilometer gefahren wurde. Seine narrischen Streicher sorgten für viele Lacher auf der Party, obwohl sie manchmal ein wenig übertrieben waren. Das nahrhafte Mittagessen sorgte dafür, dass alle gut gestärkt und voller Energie den Nachmittag beginnen konnten. Ihre naive Art führte manchmal zu Missverständnissen, aber sie war immer freundlich und offen. Der naseweise Junge stellte immer viele Fragen, die oft die Geduld der Erwachsenen auf die Probe stellten. Nationalistische Ideen wurden auf der Versammlung diskutiert, was zu intensiven Debatten führte. Der naturbelassene Garten bot einen ruhigen Rückzugsort abseits der Hektik der Stadt. Die naturwissenschaftlichen Experimente im Labor erforderten präzise Messungen und sorgfältige Beobachtungen. Manchmal erscheinen bestimmte Details als nebensächlich, sind jedoch für das Gesamtbild wichtig. An dem nebligen Morgen war die Sicht stark eingeschränkt, sodass die Autofahrer besonders vorsichtig fahren mussten. Die nekrotischen Stellen der Pflanze zeigten an, dass sie dringend behandelt werden musste. Die nervliche Belastung der letzten Wochen hatte ihren Tribut gefordert und machte sich in seiner Gesundheit bemerkbar. Der netzige Kommentar sorgte für einige Lacher in der Runde, obwohl er eigentlich ernst gemeint war. Die neugotische Architektur des Gebäudes stach deutlich hervor und beeindruckte viele Besucher. Die neurologischen Tests lieferten wichtige Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten. Die newtonsche Physik bildet die Grundlage vieler wissenschaftlicher Studien und Experimente. Der niederländische Stil der Möbel war sehr beliebt in den 70er Jahren und wird oft in modernen Interieurs verwendet. Notwendigerweise muss jede Bewerbung vollständig ausgefüllt werden, um berücksichtigt zu werden. Er machte nachdrücklich deutlich, dass die neue Regelung unverzüglich in Kraft treten sollte. Nebst dem gab es noch andere Aspekte zu berücksichtigen, die nicht sofort ersichtlich waren. Der Netto-Betrag nach Abzug aller Steuern und Gebühren wurde dem Kunden auf das Konto überwiesen. Naturgemäß kommt es bei Naturkatastrophen zu erheblichen Schäden, die oft viele Menschen betreffen. Netterweise bot er an den Einkauf für seine Nachbarin zu erledigen, die krank war. Niemals hätte sie gedacht, dass der alte Freund sie zufällig in der Stadt treffen würde. Der bekannte Künstler wurde namentlich in den Medien erwähnt, was seine Popularität weiter steigerte. Nach gerade konnte man den Fortschritt des Projekts in den täglichen Berichten verfolgen, die regelmäßig veröffentlicht wurden. Notgedrungen mussten sie den Vertrag unterzeichnen, obwohl sie einige Bedingungen noch klären wollten. Nebenher wurde an einem weiteren Projekt gearbeitet, das ebenfalls große Bedeutung hatte. Die neuartige Technologie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, grundlegend zu verändern. Nach der Nachricht war er tief niedergeschlagen und brauchte etwas Zeit, um sich zu erholen. Die niederträchtigen Machenschaften des Betrügers wurden schließlich aufgedeckt und zur Anzeige gebracht. Nichtsdestotrotz entschloss sie sich den Plan umzusetzen, da sie an den Erfolg glaubte. Der Fehler war nichtsdestoweniger ein ernstes Problem, das sofort behoben werden musste. Nirgendwo konnte er eine Antwort finden, die seine Fragen zu seiner Zufriedenheit beantwortete. Der nostalgische Film weckte viele Erinnerungen an die Kindheit und wurde von den Zuschauern sehr geschätzt. Die notdüftigen Reparaturen hielten nur vorübergehend und mussten bald vollständig behoben werden. Es war notwendig, alle Sicherheitsprotokolle zu befolgen, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Wenn sich eine große Opportunität bietet, sollte man sie nicht ignorieren und die Chance nutzen. Im Einsatz zeigte der Offizier außergewöhnlichen Mut, was ihn bei seinen Kollegen sehr beliebt machte. Auf der Reise über den Ozean genoss die Familie den beeindruckenden Sonnenuntergang, der das Meer in goldene Farben tauchte. Während der Vorstellung im Opernhaus wurde die neue Produktion von der Kritik sehr gelobt. Im Obstgarten reiften die Äpfel und Birnen, die bald geerntet werden sollten. Nach dem Frühstück trank er einen erfrischenden Orangensaft, der ihm den nötigen Energieschub für den Tag gab. Zum Osterfest suchten die Kinder im Garten nach dem versteckten Osterei, das mit kleinen Schokoladenstückchen gefüllt war. Der Historiker fand das Originaldokument, das wichtige Informationen über die Vergangenheit enthielt. In das Obergeschoss der alten Villa zog eine neue Familie an, die das Haus liebevoll renovierte. Auf dem Fensterbrett blühte eine prächtige Orchidee, deren Blumen das gesamte Zimmer verschönern. Die Overtüre der neuen Oper zog das Publikum sofort in ihren Bann und machte die Vorstellung zu einem besonderen Erlebnis. Bei Outdoor-Aktivitäten in den Bergen ist eine gute Ausrüstung unverzichtbar, um sicher und komfortabel unterwegs zu sein. Mit ihrem neuen Outfit beeindruckte sie alle auf der Party und viele wollten wissen, wo sie es gekauft hatte. Im Olympiastadion fieberten die Fans dem Beginn des großen Sportevents entgegen, das für viele ein Highlight des Jahres darstellt. Der Omnibus fuhr durch die Stadt und die Passagiere genossen die Fahrt, während sie die Sehenswürdigkeiten betrachteten. Die Satelliten bewegen sich im Orbit der Erde und liefern wichtige Daten für Wettervorhersagen und Kommunikation. Während des Konzerts konnte man im Orchestergraben die Musiker bei der Aufführung der anspruchsvollen Stücke beobachten. Im Ordnungsamt wurden die Anträge schnell bearbeitet, sodass die Bürger ihre Anliegen zügig klären konnten. Die neue Karte diente als Orientierungshilfe für die Wanderer, die sich auf dem unbekannten Terrain bewegten. Der Obstbaum im Garten trägt eine reiche Ernte an Äpfeln, die wir in den kommenden Wochen genießen werden. Der Opiumkrieg hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Geschichte Chinas und Großbritanniens, die noch heute spürbar sind. Der Optiker stellte die Brille perfekt ein, damit sie ihm eine klare Sicht auf die weit entfernten Details ermöglichte. Der Ortsvorsteher organisierte das Fest, das die gesamte Gemeinde zusammenbrachte und alle begeisterte. Mit dem Oszilloskop konnte der Ingenieur die elektrischen Signale präziser messen und analysieren. Im Zoo beobachteten die Besucher den Ortsleut, der sich geschmeidig durch sein Gehege bewegte und sein typisches Verhalten zeigte. Die Forschung zum Ozonloch hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren, um die Umwelt zu schützen. Die Stadtverwaltung arbeitet daran, den Obdachlosen mehr Unterstützung zu bieten, um ihnen eine dauerhafte Lösung zu ermöglichen. Bei der Obduktion wurden die Ursachen des Todes festgestellt, was für die Ermittlungen von großer Bedeutung war. Die Röntgenaufnahme zeigte einen Bruch des Oberarmknochens, der operativ behandelt werden musste. Der Oberbürgermeister hielt eine Rede auf dem Stadtfest, in der er die Verdienste der ehrenamtlichen Helfer würdigte. Die Schwingungen der Fäde beginnen zu oszillieren, sobald sie aus ihrer Ruheposition gebracht wird. In der Dokumentation outete sich der berühmte Schauspieler und sprach offen über seine persönliche Lebensgeschichte. Wenn Eisen in Kontakt mit Wasser und Sauerstoff kommt, beginnt es zu oxidieren und bildet Rost. Das Unternehmen entschloss sich einige Arbeitsplätze outzuposten, um die Effizienz zu steigern. Viele Firmen outsourcen ihre IT-Dienste, um Kosten zu sparen und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Bei der Obduktion obduzierte der Pathologe den Leichnam, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Es obliegte Manager die Teammitglieder zu motivieren und sicherzustellen, dass die Projekte erfolgreich abgeschlossen werden. Trotz aller Widrigkeiten konnte das Team am Ende in der entscheidenden Runde ob Siegen und den Wettbewerb gewinnen. In der aktuellen Lage obweilten große Herausforderungen, die von allen Beteiligten kreative Lösungen erfordern. Im Film urfeigte der Bösewicht den Protagonisten, um seine Macht zu demonstrieren und ihn einzuschüchtern. Die Methode wie man das Licht oktodiert, um bestimmte Effekte zu erzielen, wurde in der Fotografie häufig verwendet. Die neue Regelung wurde von der Unternehmensführung oktroyiert, ohne die Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Die Luftströmung begann zu ondulieren, was zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Temperatur führte. Der Zahnarzt Orales irrte die Untersuchungsergebnisse, um den Patienten die erforderlichen Schritte zur Behandlung zu erklären. Viele obdachlose Menschen sind auf die Hilfe von Sozialdiensten angewiesen, um ihre grundlegenden Bedürfnisse zu decken. Seine oberschlechtige Umgangston sorgte oft für Missverständnisse und Konflikte im Team. Ihre obsessiven Gedanken über das Projekt führten dazu, dass sie kaum noch Freizeit hatte und ständig daran arbeitete. Die alte Technik ist mittlerweile obsolet und wurde durch moderne effizientere Systeme ersetzt. Der obstruktive Ansatz des neuen Vorschlags hinderte die Teammitglieder daran, effektiv zusammenzuarbeiten. Die obszönen Bilder auf dem Bildschirm wurden sofort entfernt, um die Umgebung nicht zu belasten. Der oksidentale Stil des Gebäudes unterscheidet sich stark von den traditionellen architektonischen Formen der Region. Der oksige Kern machte sich beim Fest viele Freunde, da er freundlich und hilfsbereit war. Die Wände des Raumes waren in sanften Ockerfarben gestrichen, was eine warme und einladende Atmosphäre schuf. Seine ständigen Ausreden wurden von vielen als odios empfunden und trugen zur allgemeinen Unzufriedenheit bei. Der Duft des neuen Parfums war oder entisch, was viele Kunden anzog, die es unbedingt kaufen wollten. Bei der Weinprobe stellte sich heraus, dass die Expertise des Sommeliers, der das Wissen um den Wein öhnologisch unter Beweis stellte, von unschätzbarem Wert war. Im Café genoss er die ofenfrischen Brötchen, die erst vor wenigen Minuten aus dem Ofen geholt wurden. Ihr Talent war ohnegleichen so, dass sie schnell zur besten Tänzerin der Truppe aufstieg. Das Forschungsergebnis war okulat und niemand konnte es zunächst erklären, weshalb es großes Interesse weckte. Das Buch, das sich in okulten Themen befasste, faszinierte ihn, obwohl er nicht an übernatürliche Phänomene glaubte. Die neuen Regeln wurden von der Führung oktroyiert und viele Mitarbeiter waren unzufrieden damit. Die Musik der Band hatte einen okzidentalen Einfluss, was ihre Stücke einzigartig und hörenswert machte. Die Hinweise in dem Rätsel waren oblik und schwer zu verstehen, sodass es lange dauerte, bis jemand die Lösung fand. Obwohl der Plan nicht perfekt war, fanden alle ihn ok und beschlossen, ihn umzusetzen. Die Vorzeichen waren ominös und niemand wusste, was als nächstes passieren würde. Trotz der Schwierigkeiten blieb er optimistisch und glaubte fest an den Erfolg seines Projekts. Die Medikamente mussten oral eingenommen werden, was für einige Patienten eine Herausforderung darstellte. Die Akten wurden ordnungsgemäß archiviert und konnten bei Bedarf schnell gefunden werden. Der Anbau auf dem Bauernhof war organisch und verzichtete vollständig auf chemische Düngemittel. Seine Ideen waren originär und brachten frischen Wind in das Unternehmen, das nach Innovationen suchte. Das Geschenk war teuer und obendrein hatte es eine persönliche Gravue, die es einzigartig machte. Die Analyse des Reports war oberflächlich, sodass viele wichtige Details übersehen wurden. Der Kurs war für alle Studenten obligatorisch, die ihr Studium in diesem Semester abschließen wollten. Die Perspektive aus dem Fenster bot einen atemberaubenden Blick auf die Stadt, der jeden Besucher beeindruckte. Im Geschäft fand man eine breite Palette an Farben, die perfekt für das Kunstprojekt waren. In der ersten Phase des Projekts sammelten sie Daten, um die Basis für ihre Forschung zu legen. Der Park in der Stadtmitte war ein beliebter Treffpunkt für Familien und Jogger. Der Protest gegen die neuen Gesetze wurde lautstark geführt, wobei viele Menschen auf die Straße gingen, um ihren Unmut auszudrücken. Die Prognose der Wetterdienste zeigte, dass es in den nächsten Tagen stark regnen würde, weshalb viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Er bewarb sich auf die Position des Geschäftsführers, da er über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich verfügte. Im Garten wuchsen viele exotische Pflanzen, die besondere Pflege und Aufmerksamkeit benötigten. In der Passage des Buches fand sie eine interessante Information, die sie weiter recherchieren wollte. Die Patientin erholte sich schnell nach der Operation und konnte das Krankenhaus bald wieder verlassen. Die Planung der Hochzeit war sehr aufwendig, da viele Details berücksichtigt werden mussten. Seine Philosophie des Lebens war einfach glücklich sein und das Beste aus jedem Tag machen. Nach vielen Jahren harte Arbeit ging er schließlich in Pension und genoss seinen Ruhestand. Der neue Paragraf im Gesetz wurde kontrovers diskutiert und stieß auf unterschiedliche Meinungen. Sein berufliches Profil war beeindruckend und öffnete ihm viele Türen in der Karrierewelt. Der Prospekt des Reisebüros zeigte viele verlockende Reisezille, die er gerne besuchen würde. Während der Präsentation stellte er die Ergebnisse seiner Forschung vor und beantwortete viele Fragen des Publikums. Im Stall standen viele Pferde, die täglich trainiert wurden und an Wettkämpfen teilnahmen. Die Pflege der alten Dame war sehr aufwendig, aber ihre Familie kümmerte sich liebevoll um sie. Die Publikation seiner wissenschaftlichen Arbeit brachte ihm viel Anerkennung in der Fachwelt. Das Studium der Pädagogik ermöglichte er als Lehrerin an einer Grundschule zu arbeiten. Die Portion war so groß, dass er sie kaum aufessen konnte, obwohl das Essen sehr lecker war. Der Pass wurde ihm ausgestellt, nachdem er alle notwendigen Dokumente eingereicht hatte. Als Praktiker wusste er genau, wie er die Maschine reparieren konnte, ohne lange Anleitungen zu lesen. Es war ein großes Privileg, an der renommierten Universität studieren zu dürfen und von den besten Professoren zu lernen. Die Probe im Labor zeigte überraschende Ergebnisse, die eine neue Richtung in der Forschung eröffneten. Die Planstelle wurde ausgeschrieben und viele qualifizierte Bewerber reichten ihre Unterlagen ein. In der alten Schriftrolle fand man eine Prophezeiung, die für die Zukunft große Bedeutung haben könnte. In der Diskussion stellte sich heraus, dass die Prämisse des Arguments nicht ausreichend belegt war. Die Propaganda des Regimes war weit verbreitet und beeinflusste viele Menschen. Auf der neuen Plattform können Nutzer ihre Gedanken und Ideen mit der Welt teilen. Die Pille, die ich täglich einnehme, hilft mir, meine Beschwerden zu lindern. Der Pfennig, den er in der Tasche fand, erinnerte ihn an alte Zeiten. Die Provision, die er für den Verkauf erhielt, war höher als erwartet. Der Prüfer gab detailliertes Feedback, das für die Verbesserung des Projekts hilfreich war. Um die Software richtig zu nutzen, musste ich lernen, wie man sie programmieren kann. Der Mechaniker musste das Öl regelmäßig pumpen, um den Motor in gutem Zustand zu halten. Beim Arbeiten im Garten konnte ich das fröhliche Pfeifen der Vögel hören, was sehr entspannend war. Der Pastor predigte am Sonntagmorgen eine inspirierende Rede, die viele Gläubige berührte. Seine Kommentare provozierten eine lebhafte Diskussion unter den Anwesenden. Er begann die Möbel zu polieren, um sie wieder wie neu aussehen zu lassen. Im Frühling planten sie Gemüse in ihrem Garten zu pflanzen, um eine reiche Ernte einzufahren. Jeden Samstag putzte sie gründlich die gesamte Wohnung, um alles sauber und ordentlich zu halten. Die Band probte intensiv, um sicherzustellen, dass sie für das Konzert gut vorbereitet war. Während der langen Reise machten sie eine kurze Pause, um sich auszuruhen und etwas zu essen. Die pekierten Reaktionen auf seine Aussage zeigten, dass die Worten nicht gut angekommen waren. Der Pilz, der im Garten wuchs, hatte eine ungewöhnlich pilzförmige Struktur, die ihn von anderen unterschied. Ihre pionierhaften Methoden in der Forschung brachten neue Erkenntnisse hervor, die die Wissenschaft revolutionierten. Die plastischen Veränderungen am Modell zeigten die Entwicklungen in der Designphase. Der alte Schrank war so platt, dass er kaum Platz für die Bücher bot. Die Erklärung, die er gab, war plausibel und überzeugte alle Anwesenden von seiner Sichtweise. In der Plenalsitzung wurden alle wichtigen Punkte zur Gesetzgebung besprochen und abgestimmt. Der Text war leider pleonastisch und enthielt viele überflüssige Wiederholungen, die die Lesbarkeit beeinträchtigten. Seine plumpen Versuche sich einzubringen wurden nicht sehr ernst genommen. Im Plural verwenden wir andere Formen für die Normen um die Mehrzahl auszudrücken. In einer plutokratischen Gesellschaft haben die Reichen das Sagen und beeinflussen die politischen Entscheidungen maßgeblich. Der pneumatische Hammer wird in der Industrie verwendet, um schwere Materialien zu bearbeiten. Die podologische Untersuchung zeigte, dass er spezielle Einlagen für seine Schuhe benötigte. Die poetologische Analyse des Gedichts offenbarte tiefere Bedeutungen und literarische Techniken. Seine polemischen Äußerungen sorgten für viel Diskussion und teilweise auch für Unruhe unter den Kollegen. Das Polygrüm-Design des Wandgemäldes beeindruckte alle, die es sahen durch seine Vielfalt an Farben. In einigen Kulturen ist polygame Eheformen üblich, die mehrere Ehepartner gleichzeitig umfassen. Die polyphorne Musikstücke wurden von den Musikern meisterhaft aufgeführt und beeindruckten das Publikum. Das vielseitige Werkzeug ist polyvalent und kann für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Die pompöse Zeremonie war ein opulentes Spektakel, das alle Anwesenden beeindruckte. Der pontifikale Stil des Anlasses spiegelte die hohe Bedeutung der Feier wider. Seine populistischen Äußerungen zogen große Aufmerksamkeit auf sich und beeinflussten die öffentliche Meinung stark. Der poröse Stein ließ viel Wasser durch, was ihm für bestimmte Bauprojekte ungeeignet machte. Die possierlichen Tiere in der Ausstellung zogen die Herzen der Besucher im Sturm. Die postlinguale Therapie half ihr nach der Sprachstörung wieder flüssig zu sprechen. Die postmenopausile Phase bringt viele Veränderungen mit sich die medizinische Betreuung erfordert. Die postmortale Untersuchung ergab neue Erkenntnisse über die Todesursache des Verstorbenen. Die postoperative Pflege war entscheidend für die schnelle Genesung des Patienten nach der Operation. Die postsynaptischen Reaktionen spielen eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Nervenimpulsen. Der neue Chef zeigte sich als Potentführer der die Firma durch schwierige Zeiten lenken konnte. Potenzial kann diese Technologie die Art und Weise verändern, wie wir unsere täglichen Aufgaben erledigen. Der prächtige Palast, den wir besuchten, war ein beeindruckendes Beispiel für historische Architektur. Die prähistorischen Funde im Museum geben einen faszinierenden Einblick in das Leben unserer frühen Vorfahren. Die präjudizierende Haltung des Richters beeinflusste den Ausgang des Prozesses stark. Die archäologischen Funde an Mexiko stammen aus der präkolumbianischen Zeit und sind faszinierend. Bevor die endgültige Entscheidung getroffen wurde, war eine präliminäre Bewertung der Optionen notwendig. Der Prämaturer Versuch, das Experiment zu bewerten, führte zu ungenauen Ergebnissen. Der Zahnarzt erklärte, dass der prämolare Zahn entfernt werden musste, um die Schmerzen zu lindern. Um die Probe vorzubereiten, mussten mehrere Präparativ-Schritte durchgeführt werden. Der Chef war in der Besprechung äußerst präpotent und überging die Vorschläge seiner Mitarbeiter. Das Verhalten des Kindes war typisch für das präpubertäre Alter, als die hormonellen Veränderungen beginnen. In den neuen Richtlinien wurde preskriptiv festgelegt, wie die Mitarbeiter ihre Aufgaben zu erfüllen haben. Die präsumtive Beweisführung führte zu einem schnellen Urteil im Fall, obwohl noch keine endgültigen Beweise vorlagen. Der Redner trat pietätvoll auf und ehrte die Verstorbenen mit seinen Worten. Die Wartung der Maschinen erfolgt periodisch, um deren einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Trotz aller Schwierigkeiten hielt er partout an seinem ursprünglichen Plan fest und ließ sich nicht abbringen. Die neuen Materialien wurden probeweise getestet, um ihre Eignung für das Projekt zu überprüfen. Der Mitarbeiter war besonders produktiv während der letzten Woche und konnte alle Aufgaben erfolgreich abschließen. Um der Krankheit vorzubeugen wurden prophylaktische Maßnahmen ergriffen, die einen Ausbruch verhinderten. Er war sowohl physisch als auch mental erschöpft nach dem langen Wettkampf. Das Restaurant hat eine prima Bewertung erhalten und wird daher von vielen empfohlen. Das Angebot für die neue Software war besonders preiswert und überzeugte die Geschäftsführung. Die paradoxe Situation, in der der Reichtum gleichzeitig Probleme verursachte, sorgte für viel Diskussionsstoff. Der Quotient der Division wurde schnell berechnet und das Ergebnis war korrekt. In der Qualitätskontrolle werden alle Produkte auf Mängel überprüft, um sicherzustellen, dass nur hochwertige Ware ausgeliefert wird. Der Quacksalbe versprach Heilung von Krankheiten, die er nicht wirklich behandeln konnte. Die Quadratur des Kreises bleibt ein ungelöstes Problem der Mathematik. Die Quappe lebt in kühlem Wasser und ist in den Seen Europas weit verbreitet. Aufgrund der Quarantänemaßnahme mussten alle Reisenden für zwei Wochen isoliert werden, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zum Quartalsende musste der Bericht abgeschlossen werden, um die Unternehmensleistung zu bewerten. Die Quarz-Uhr war präziser und benötigte selten eine neue Batterie. Während der langen Autofahrt unterhielt sich das Paar viel und quasselte über ihre gemeinsamen Erlebnisse. Der Quad-Amber ist der erste Monat des Herbstes, der im Kalenderjahr eine besondere Rolle spielt. Ihre quickfindige Lösung für das Problem beeindruckte alle im Team und half die Deadline einzuhalten. Die quadratische Form des Tisches passte perfekt in den Raum und fügte sich harmonisch in das Design ein. Quecksilbern ist ein gefährliches Metall, das besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erfordert. Sein querköpfiges Verhalten brachte ihn oft in Schwierigkeiten, da er sich nicht an die Regeln hielt. Das Recycling von Papier und Plastik trägt zur Reduzierung von Abfall und Zerschönung der Ressourcen bei. Die Röhre in der Maschine war beschädigt, was zu einem Ausfall des Geräts führte. Der Rückzug der Truppen aus dem Gebiet war strategisch geplant, um Verluste zu minimieren. Die Revision der Bücher ergab zahlreiche Fehler, die korrigiert werden mussten, um die Genauigkeit sicherzustellen. Die alte Ruine auf dem Hügel zog viele Touristen an, die die Geschichte des Ortes erforschen wollten. Die Rangliste der besten Universitäten wurde kürzlich veröffentlicht und zeigt große Unterschiede in der Bewertung. Die Rüstung des Ritters war aus schwerem Metall und bot ihm Schutz in der Schlacht. Die Resonanz der neuen Lautsprecher war beeindruckend und bot eine außergewöhnliche Klangqualität. Die Nachricht, dass der Test kurz bevor steht, ließ den Puls des Schülers quicken. Die Mäuse im Dachboden begannen laut zu quicken, als der Besitzer das Licht einschaltete. Während der Pausen quasselten die Kollegen in der Küche über ihre Pläne für das Wochenende. Um die Reservierung für das Hotelzimmer abzuschließen, mussten wir einige Details bestätigen. Der Rausch nach dem Marathon hielt nur kurze Zeit an, bevor die Müdigkeit einsetzte. Nach der Reinigung des Raumes fand man ein altes Fotoalbum, das lange verloren geglaubt war. Das Rundschreiben, das gestern verschickt wurde, enthält wichtige Informationen für alle Mitarbeiter. Der Zugang zur Bühne erfolgte über eine Rampe, die extra für die Veranstaltung aufgebaut wurde. Um eine glatte Haut zu bekommen, sollte die Rasur regelmäßig durchgeführt werden. Viele Kulturen haben ihre eigenen Rituale, die sie als bedeutend erachten. Die Rebellion in der Stadt führte zu großen Veränderungen in der politischen Landschaft. Mit seinem neuen Rekord setzte der Läufer einen Maßstab für zukünftige Wettbewerbe. Der Raubzug der Piraten endete mit vielen Schätzen, die auf einem geheimen Ort vergraben wurden. Trotz des Rückschlags blieb sie entschlossen, ihr Ziel zu erreichen und setzte ihre Anstrengungen fort. Eine überzeugende Rechtfertigung der Entscheidung wurde in der Besprechung präsentiert. Die Reklame für das neue Produkt war sehr auffällig und zog viele Kunden an. Dank der schnellen Rettung konnten alle Passagiere sicher aus dem brennenden Gebäude gebracht werden. Der Rücktritt des CEOs sorgte für große Unsicherheit innerhalb des Unternehmens. Die Rufnummer des Kundenservice steht auf der Webseite Folts Unterstützung benötigt wird. Der Reim in dem Gedicht brachte eine besondere Musikalität und rhythmische Struktur in den Text. Die Rückgabe des gemieteten Autos verlief problemlos und die Kaution wurde zurückerstattet. Er nahm den Ratschlag seines Mentors ernst und endete seine Strategie entsprechend. Ihr unerwarteter Reichtum ermöglichte es ihr viele ihre Träume zu verwirklichen. Die Robe, die sie für das Fest trug, war aus edelstem Stoff und erregte viel Bewunderung. Die Rhetorik des Redners war so überzeugend, dass das Publikum begeistert applaudierte. Beim Röntgen der verletzten Hand zeigte sich, dass kein Knochenbruch vorlag, was eine Erleichterung war. Der Rahmenvertrag wurde von beiden Parteien unterzeichnet und bildet die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit. Die große Räumlichkeit des neuen Büros ermöglichte eine flexible Gestaltung der Arbeitsplätze. Die Röte auf ihrem Gesicht verrät, dass sie sich in der Situation unwohl fühlte. Die Rache, die er für die Ungerechtigkeit suchte, brachte ihm keine Zufriedenheit.